Nidalee wird kein einziges Sperrtreff, es ist ja RANDOM Glück auf Timber wäre besser Sie hat schon mal AD Runden dabei, äh AP Glück auf Timber wäre besser als Nidalee Naja Schuhe, Schuhe, okay Schuhe sind mir so ganz okay Wow Okay Wow Okay Wow Good Job Da freut man sich immer wieder Wäre dieses Gezwammer hier in E und einmal in W Glaub ich 9 AP Wow Wow, nicht schlecht Guck mal, wir könnten die ganze Zeit sehen, das ist voll böse oder? Minions hat spawned Einzige Kugel ist so böse abartig, mann Hast du dein W zweimal geskillt? Nee, einmal den E zweimal mit der Kuh Ich mag meinen W irgendwie nicht Macht den meisten Damage Wir haben immer Mission im Busch Ja, der Ball ist impatient Nein Fehlt dir nicht einer? Ah, ja Schuhe Schuhe Er kommt, er kommt, er kommt Nein, 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 er kommt, er kommt Er hat nur mit mir geschrieben Achja, das dauert 10 Stunden, da kann man nicht kaufen, du weißt? Ey, Nier, der ist gar nicht so schlecht, Klopfer Egal, der ist kein Skin In Nier sollte man einen Skin haben Ja, vor allem den Head hat er nicht Drei Skins, die unter 500 kostet haben, whatever Oder Oder 520 kostet Okay, ist die Lach Der ist die Lach Dafür stehe ich mit meinem Namen Oh, drehen dich schon auf 40, Alter P, Alter Warum ich denn will mit 4 werden? Ich werde jetzt zurückgedeckt haben Eiskalt 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 Entfügel Oh. Da, können sie es nicht haben. Oh nö. Ach so, doch nur so wenig Schaden. Wollte ich nicht, war alles verabsichtig. Wah, diese Wegkehren. Oh, wie ist die Wegkehren? Ich habe einen 4-7-6, merkwürdigsten. Das war's für heute. 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 Oh, oh, ich war's für heute. Das war's für heute. Haben's für heute. Zeitgeistee Boah, das weiß. Ah, er hat ja dich selber niederlebt. Ah, da haben sie gehört jetzt. Wie schnell war er am Biss? Ja, das hat sich noch getroffen. Oh, man, er ist einfach so geiler Champion. Ja, vor allem gut zum Stilen. Los, geh rein! Nooooo. Doch, gell. Jetzt darf ich nicht genug Gelds noch. Was macht's auch so viel, viel Ball? Ja, sind wir noch schneller! Wer braucht Schuhe? Ich nicht. Ich bin ein paar Ulle, ich glaube. Mann, wer mal C4 hat. Du bist so ne Sack, Ratte. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Vorsicht, Twitch! Bis so! Hab ich gesehen! Das ist so lame! Das ist ja der, am besten, wenn ich, äh, der hat ne KDU. Ich soll mir mal Zweierschuhe kaufen, ne? Und allgemein mal Equip. Ich kaufe mir den größten Schrott zusammen. Du hast recht. Guck sie doch mal an! Ja! Was ist? Ach so, der nächste! Wow! Stört der Game jetzt! Dritte! Der gerade hat... Ist geblieben! Wer auch mal das war! Noo! Das sah gerade so creepy aus! Daher ist ja... Fynn bau! Gress da schon! Go go! Jo... Die Zippe hier mit dem! Den Tauerangreffer will! Fck! Nice, go go! Nixen! Äh, Krizi lag! Ach nicht, der Tash! der ist ja nicht cool ich weiß die limbs die ist nur noch in den Lack du hast so ein Zonja ach so, dieses ist der das sehr war der das ist der immer noch ja 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 Jaja, da ist schon wieder einer aufkommen. Mal wieder. Ja, jetzt beruhigt dich. Kann man ja langsam schauen. Ist ja nix neues mehr. Ich weiß mir, wäre das sogar jetzt scheißegal, wenn wir zu Norwich spielen würden und da wäre einer aufkommen. Warum? Jedes Mal. Das war fuck random. Prefer one than no two. What? I'm dead. Oh Gott. Das ist so garstig, man. Brauchst du dir das Ding hier? Na dann nicht. Das lag. Dieser Scheiß, der ist alter. Mein Ding ist hier hinten, ne? Ich halte ihn grad so raus ein bisschen. Ja, ich halte ihn. Okay. Kann nicht mehr als ein Artikel rausficken. Sehr schön. What? Wow, Alter. Iron Man 3, ab 1. Mai im Kino. Echt? Ich hab nicht mal eins geguckt. War mit dem Misty interessiert. Good Job, Timmer. Ey Timmer, du bist ein super guter Tank. Warum kommst du in Blade of the Ring King? Das B.O.T.R.K. Was ist er sich für ein Bullshit kauft? Weg! Auf die Morgana! Bistot. Der hat den Tower echt noch bekommen! Ey, Nocturne ist so ein Champion bei dem weiß ich nicht was mit kaufen soll. Kauft ihr Tank jemanden. Geh auf ne Warmox hier auf den Rando hin. Machst du genug Schaden. Okay, Chef. Geh auf ne Warmox. Geh auf ne was. Ja genau, auf ne ad Carry. 2 10 Gut Multit 35 WINDING WINDING This is a fun game I did Wie lange ich gestunnt bin! Kann man nicht gewinnen Nutzloseste Poppy ever Aber Ja vor allem, wenn ich immer niederlebe Hm, das Problem ist Chrissy und ich Irgendwie immer nur einen rausfokussen Weil der Fokus direkt auf uns geht Also ich spring immer auf Twitch Und danach kommt gleich alles mögliche zurück Und tötet mich Hm Hm Kleine Spacken Randoms Das ist heute eigentlich mein Liebwerb Aber die F**ing Randoms geben Also noch mehr 15 bis ult 5 bis ult 15 bis ult 10 10 5 5 Ready Genau Auf den Twitch, ne? 5 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 6 5 5 5 5 5 5 Twitch Wenn nach gleich auf Morgana Ah, der Twitch muss aus einfach nur brauchst du das? Ne Oh, okay, sorry Kein Problem Nimm dir das andere Lass bitte die Creeps und das hier Ja So oder Juster Genau 1 Sekunde jetzt das Twitch wieder da? Schaffenbar Alter Das Twitch schon ein bisschen Ich glaub ich kauf den Hexer-Typer aber da ist ja nur Nur ein Twitch bei denen Vorsicht Ich bin so, ich bin ohne Boots so schnell wie ihr Vorsicht Macht der mir Schaden der Junge Neu Musst ich jetzt Neu Musst ich jetzt Ja Tschüss Alter Hab ich schon gewundert Der kommt bestimmt nicht in unseren Channel Alter wenn wir hier oder die Steiner haben Ah, der ist so tanky Ja Auf dem Twitch Ach, Scheiße Der Twitch hat sich rausgezogen Fuck Raus gesämt Na, ärgerlich Na, ärgerlich RTT Nice game Oh, Bleeva wieder mal random Bir sektor Noe Das hat sich an uns erwartet Das hat mir die Erlaubnis gebraht . Ich werde das nicht so machen, ich werde das nicht so machen.